Beatrice Egli musste sich während ihrer Zeit bei DSDS einige spitze Kommentare von Dieter Bohlen anhören. Dieser gibt nun zu, dass dies nicht immer richtig war. Beatrice Egli Dieter Bohlen reflektiert sein Verhalten ihr gegenüber. 2013 ging der Traum von Beatrice Egli, 35, in Erfüllung. Sie gewann bei Deutschland sucht den Superstar. Mittlerweile hat sie sich zu einer der erfolgreichsten Schlagerstars gemausert, ist in den großen TV-Shows Dauergast und hat tausende von Fans hinter sich stehen. Man könnte behaupten, dass es für die hübsche Blondine richtig gut gelaufen ist. Allerdings wurde ihr der Weg nicht leicht gemacht. Ausgerechnet Pop-Titan Dieter Bohlen, 70, machte er damals mit einigen Kommentaren zu schaffen. Nicht nur ging es um ihr Erscheinungsbild, sondern auch um die Tatsache, dass sie Schlager singt. Beatrice behauptete, dass der DSDS-Juror ihr riet, doch lieber in englischer Sprache zu singen. Dass er sie nach ihrem Sieg nicht weiter auf ihrem eigenen Weg unterstützte, stieß der volles Risiko-Interpretin lange bitter auf. Bevor die beiden in der diesjährigen DSDS-Jury aufeinandertrafen, war es der 35-Jährigen deshalb ein großes Anliegen, sich mit Bohlen auszusprechen. Das ist auch geschehen, wie sie der Aargauer Zeitung in einem Interview erklärte, ich wollte mit Dieter ein paar Dinge klären. Das hat sehr gut getan, uns beiden. Das böse Blut scheint mittlerweile versiegt zu sein, das unterstreicht jetzt nochmal Dieter Bohlen. Der Musikproduzent gab nämlich im Gespräch mit Superillu zu, dass er sich damals falsch verstanden hat. Zwischen den Zeilen kann man gar eine Entschuldigung an Beatrice herauslesen. Was man heute sagen darf, hat sich absolut geändert. Ich habe früher Sachen rausgehauen, die waren damals okay. Heute geht das nicht mehr. Wie schön, dass Beatrice und Dieter die Vergangenheit hinter sich lassen konnten. Ein wichtiger Schritt, immerhin verbringen sie 2024 viel Zeit miteinander. Beatrice Egli-Dieter Bohlen Sie treffen in der DSDS-Jury wieder aufeinander. Die harmonische Stimmung zwischen Beatrice Egli und Dieter Bohlen ist von großer Wichtigkeit. Immerhin sitzen die beiden in diesem Jahr gemeinsam hinter dem Jurypult von Deutschland sucht den Superstar. Mit dabei sind außerdem noch Pietro Lombardi und Rapperin Loredana. Die Dreharbeiten für die 21. Staffel haben bereits im April begonnen, einen offiziellen Sendetermin gibt es allerdings noch nicht. RTL bestätigte lediglich, dass die Staffel im Herbst 2024 ausgestrahlt wird. Jurypult